Hallo liebe Fans und Fansesines, ja hallo liebe Freunde und Freundelinen, ja es ist heute Donnerstag. Die Woche ist eigentlich schon wieder mal rum, obwohl sie gar nicht richtig angefangen hat. Ja, es war ein Hammer, Hammer, Samstag, Sonntag, Wochenende und dann kam der Montag, das war ein Brückentag für viele Leute. Ja, und dann kam der Feiertag, der Feierstag kam dann und deshalb ist eigentlich heute, nee heute ist Mittwoch, Mittewoch haben wir jetzt, heute ist Mittwoch. Ja, und da sind die Leute jetzt wieder am Arbeiten. Aha. Ja, und dann haben wir nur noch zwei da und schwuppdiwupp, dann sagt sich das Wochenende wieder an. Ja, so ist das, also eine ganz kurze Woche. Ja, und Heid hat sich mein Herz sich vorgenommen, da Lappül abzudecken, winterdicht zu machen, verstehe ich? Dass da im Winter nichts drin kommt und nichts rauskommt, dass der also schön dicht ist, ja. Macht der heute, da holt der dann so Dacherslatte und legt die oben drauf und so und dann kommt eine Planes drüber. Ja, ja, ich bin mal gespannt, wie der das macht, also ich gucke im Neuer zu, kann ich euch ja mal erzählen, wenn es was gibt zum Erzählen, ne. So, und ansonsten wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag. Ja, ne, ja, soll die Sonne, soll die auch wieder erscheinen, jawohl ja. Also bis dann, euer Mogli mit die weiße Socke.